Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play 3 Eigentlich wollte ich so den geilen Anfang machen, aber Magnus muss es ja wieder versauen Mit seinem scheiß Genieße, du Hurenzahn! Ich kann halt dich konzentrieren, wann ich niese und wann ich nicht niese, ne? Ja, ich weiß So ist das Leben, Bro, so ist das Leben So ist das Leben, Bro Ich kann nichts machen für dich, Bro Ey, Bro, Junge Wir müssen hier rein Nebenmissionen haben wir ja letztes Mal gemacht Äh, ups Ey, Bro, Junge, sind wir noch Bros? You, you, Bro Wir haben gar keine optionalen Missionen zur Verfügung Ne, wir müssen jetzt hier das Minispiel machen Komm mal zu mir Komm mal zu mir Minispiel Oh ja, mein Lieblingsminispiel Echt, wieso haben die halt da reingefügt, Alter, das ist so öde Ja, die anderen Minispiele da Ja, die anderen Minispiele da Hier ist es so arschkalt, ne? Hier ist es so arschkalt und wir müssen so ein scheiß Minispiel machen, ne? Alter, haben die halt keine Hobbys gehabt Vor allem, wenn einer mal alleine nach draußen gegangen ist Wie hat er das denn alleine wieder aufgemacht? Der arme Mann Da muss man doch immer zu zweit rausgehen, oder nicht? Äh, die Tür geht einfach nicht mehr zu Ja, aber ist doch auch scheiße, wenn halt so eine Zombie-Apokalypse ist Oder Monster-Apokalypse und dann halt, ne? Halt dich die Tür vollriegelt das Ja, man kann das aber auch alleine machen Ja, das ist... Ich weiß ja nicht Man kann das alleine machen Ja, aber ist auch scheiße Du musst erstmal dieses Kack-Rätsel machen, während dich Monster verfolgen Ist ja auch blöd Du kannst ja auch die Zombies, äh, die Monster töten Ja, wenn du vielleicht nur so ein Archäologe bist und keine Waffe dabei hast, ist ja auch, ne? Das auch ist so Äh, ey Leute, woran die hier auch immer experimentiert haben Anscheinend ist es aufgestanden und hat das halbe Lager mitgenommen Oh nein! Was ist mit den Sensorteilen? Drei Teile, richtig? Naja, vielleicht irre ich mich, aber ich seh mich mal um Waren wir hier nicht schonmal? Hier? Nee Nur, es sah halt vorher anders aus Egal Schon wieder eine scheiß Platine Guck mal, was ich hab, Muni Ja, da liegt noch was Ja, sonst liegt ja voll der geile Scheiß, Junge Da blinkt noch was Aber was blinkt da? Kommen wir da überhaupt hin? So nochmal? Ich guck mal, warte mal Na, da unten in dem Käfig liegt nämlich auch noch was Da komm ich aber nicht dran Ja Und meine Reichweite von der Chinese ist schon übelst weit Also ich hab die längst Reichweite, die es gibt Und da hab ich eben auch schon was aufgehoben Aber das andere ist... Also wir kommen da wahrscheinlich noch hin Ah, guck mal, da ist ne Leiter Wir versuchen das von ihr Ohren zu holen Ja, wir versuchen von der Ohren, obwohl wir da runter gehen können Ja, wir sind halt eine Leike Boss, Alter Wie gehen denn die Leute? Ja, hallo, Junge Warum überhaupt erst da hinrennen, wenn man sich das geil mit Chinese-Foul holen kann, Junge Ja, Mann Was gibt's das denn überhaupt? Ja, also... Ah, ich geh von der Leiter back, du Assi Das geht ganz schön weit nach unten, ne? Oh Ach, war ja klar, dass da irgendwas kommt jetzt Klar, natürlich geht mal wieder, ne? Na los, komm Die kommt gar nicht Wenn ich als Erster runtergekommen wäre, wäre nix gekommen Der ist auch nix gekommen Sondenspitze, ach, da brauchen Teilgefahren, eins von drei Sondenteile Wir müssen doch irgendwas herstellen Da liegt das zweite Teil wahrscheinlich Ja, weil wir müssen Sondenkomponenten sammeln Und wo ist der Käfig gewesen? Der ist da unten Da unten ist der, ja Da ist bestimmt das letzte Teil dann Ja Warum auch immer das in einer, in einem Käfig liegt Ja Wir nicht Guck mal, wir können nicht über den kleinen Balken laufen Ja, echt Scheiße Ja, die können wir auch ins Sucher-Bot schicken Guck mal, der zeigt genau nach hier Hast du noch einen Sucher-Bot? Ich hab keinen mehr Ich hab keinen mehr, ne Wie kommen wir denn nach da unten? Wir sollen nicht hoch, oder was? Der zeigt genau nach Der zeigt genau nach da Hä? Wie kriegen wir denn das Sondenteil da unten raus? Das ist doch bestimmt da unten drin, ja Ich bin verwirrt, oder haben wir schon alles, was wir brauchen? Nein, wir müssen da runter Wir brauchen drei Teile, ne? Ja Ja Ja, da muss das denn bitte Wollen wir es da unten kriegen? Ich bin verwirrt Ach, guck mal, hier oben Ach, da oben Oh, Alter, wir sind echt Wir sind total dem, ich kann halt sagen Nicht immer da gucken, wo es ist, sondern auch mal da Ja Wann ist denn das oben? Kannst du mir mal sagen? Ist oben Da ist es Nein, nein, nein Ich kann's nicht aufhalten So, jetzt geht's wieder um das mitmachen Jetzt Na, okay Ich hab's Ja Ja Und tschüss Sehr gut Glauben Sie, Sie können ihn rekonstruieren? Ich muss nur eine Bahn finden und den Plan abrufen Sollte nicht allzu schwierig sein Ja Alles klar Go, go, Junge Siehst du meinen Arsch grad von unten? Ja Ja Geil, ne? Aber meinen auch Ja, nicht geil Doch, Einwuchsarsch ist geil Guck mal, das hätten wir sogar von hier machen können Ja Da hätten wir trotzdem nach unten gehen müssen Dann schau'n richtig Du bist dick Und der ist nicht Alter, mit dem unteren Tool, mit dem hier, ne? Hab ich, hab ich Wie viel Schuss hab ich damit? 2,000? Nein, 4.000 hab ich damit Was? 4.000? Ja Mit dem hier hab ich 4.000 Schuss Wie 4.000? Na, 4.000 Schuss Kannst du Dauer klicken Mach mal Nein Das ist eine Musitionsverschwendung Nein, ich mach keine Musitionsverschwendung Nein, ich mach keine Musitionsverschwendung Selbst wenn ich 4.000 Schuss hab Quatsch Das ist keine 4.000 Schuss Natürlich hab ich 4.000 Schuss Oh mein Gott Da ist das Vieh wieder Das war nicht im... Ja, nicht im Magazin, logisch Aber ich mein halt insgesamt Boah Das ist wie wieder, was da irgendwo da draußen war Weißt du da? Au Wolltest du mich verarschen, warum im echt, du Mongo? Alter, aua Was hab ich denn getan, ne? Springen weich doch aus Wie soll ich denn ausweichen, wenn das direkt auf mir ist? Kann ich doch gar nicht machen Na, ausweichen Ja, du bist echt Mongo, weißt du? Aua Ja, weich doch aus Ja, wenn es direkt auf dich ziehen soll Ja, 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 ja Ausreden mal ausreden Ach man, Alter, willst du mich verarschen? Ich steh gerade alles auf, Alter Boah, fick dich doch Alter, was ein Kackvieh, ey Vor allem, es geht immer auf Isaac Aua Ja, ich kackt Lück nicht rum, Junge Halt nicht rum, Junge Sieht da immer auf mich, ey Das kackt sich über ... Geh drauf, Alter Geh doch drauf Ja, kann ich mich mal die Eile duschen, kannst du mich mal Ja, geh drauf, Junge Ne, ist es noch nicht down. Oh Gott, ey. Hallo. Na mal. Was kannst du überhaupt, du Mongo? Bam. Was ist so eigentlich, wie viel Schuss du für die hast noch? Hä, wenn ich die Waffe wechsle? Ach, für die habe ich 3.175. Gieß mal, 3.175. Aua! Hier ist eine Kiste. Ja, das ist sicher, Alter. Bist ein Stase, du Mongo, du kannst mich gar nicht so... Alter, was ist das für ein Scheißvieh, Alter? Boah, das hat mich nicht mehr berührt und klingt trotzdem schade, ey. Ja, weil du schlecht bist. Ach, halt die Fresse, Alter. Gegen das haben wir schon mal gekämpft, Mann. Das war vorher viel einfacher, wieso... Fick dich doch mal. Weil du schlecht geworden bist. Ach, halt die Fresse, du machst ja gar nicht mal Stase. Ja, weil du es immer machst. Ja. Weil du viel zu vorder bist und viel zu langsam. Gar nicht. Na klar, Junge. So geht es doch schon tot. Nee, ist es nicht. Oh. Ja, geh wieder weg. Geh irgendwo nach draußen. Nein, das geht wieder nach draußen. Fick dich, du Scheißvieh. Verpiss dich, los. Hau ab. Leute, dieses Biest läuft immer von mir weg, bevor ich es killen kann. Oh Gott, nicht mal eine Verschnaufpause. Wenn der Sensor funktioniert, haben wir die Position der Maschine. Wenn dieser Planet uns nicht vorher umbringt. Ich bin eine verfickte Bank, Alter. Ich will wieder mit den Kassel. Ich habe nur noch ein einziges. Hey, war von uns jemand im Waffenarsenal? Ich habe zwei. Eins. Warum? Mist. Ah, bin angepiss. Ich gehe mal, ich bin schon dumm. Oh Gott. Du glaubst doch nicht, dass Danik und seine Leute... Ich werde es rausfinden. Das ist die Nähe-Mission, das weißt du, ne? Was? Das hier jetzt. Oh. Willst du nicht aufnehmen? Hä, wieso soll ich dich aufnehmen? Ja, ist doch eine Kava-Mission, oder? Nein, es ist keine Kava-Mission. Du hörst auch nie zu, kann das sein. Dann hätte ich was gesehen, wenn es eine Kava-Mission wäre. Wieso habe ich jetzt eine Sondenwaffe? Alter, was wollt ihr von mir? Wieso habe ich jetzt eine verkackte Sondenwaffe? Ich will die gar nicht haben. Scheiß Sondenwaffe, weg damit. Flammenwerfer. Ich packe gleich mal die Sondenwaffe in mein Inventar. Ich könnte mir ein Impulsgewerb bauen. Hä, genau das habe ich doch schon. Naja, fast. Ja, es ist dumm manchmal, ist das. Einfach dumm. Einfach alles hier. Ich will mal keinen Flammenwerfer bauen. Alles, Alter, ist so nutzlos, ist das, ne? Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Weg damit, alles. Das sind alles so Scheiß-Partien. Ja. Ja. Das ist kein Mensch, ey. Das ist unglaublich. Verkaufen, ja. Verkaufen, ja. Verkaufen, ja. Verkaufen, ja. Aber echt noch nichts mit Minus rein, bitte. Verkaufen, ja. Verkaufen, ja. Verkaufen, ja. Verkaufen, ja. Verkaufen, ja. Was ist denn ein Telemetrieboot? Ach, den habe ich dran. Pneunobrenner. Achso. Ich habe zweimal den Repetierer, Alter. Leg mich auf den Arsch. Was ist das denn? Ripcore, ein Tool mit schwebenden Klingen für kurze Entfernung. Wat? Keine Ahnung. Wo ist denn das da? Flammenlasur. Wo sieht der Projektil so was? Die geringe Feuersche anwursen. Geil. Geil. Geil, Ultron, Alter. In meinem Anzug steht A. A für A. Und auf deinem nichts. Oh, Anzugstation. Haben wir einen neuen Anzug? Wir haben keinen neuen Anzug. Wieso sollten wir daneben nicht so einen neuen Anzug bekommen? Ich weiß nicht. So, mein Rick ist jetzt völlig abgegradet. Gegradet mehr als, also es geht nicht mehr. Alles voll. Alles voll, alles voll. Stase nachladen ist voll. Torxstange nochmal hergestellt. Da, 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 da. Mehr kann ich nicht. Wohin nicht. Ich habe jetzt volle Panzerung, Alter. Ja, richtig geil. So, jetzt haben wir immer zwei Sucher-Bots. Kann ich noch die Rick upgraden? Nein, kann ich nicht. Ey, hier ist ein Neko-Mau. Geil, ich kann die Stase noch updaten. Ach, ich habe nicht genug die Wendern. Ey, ich habe ein Artefakt gefunden. Mal gucken mal. Oh, ein Marker habe ich gefunden. Mini-Marker oder was? Jo. Habt ihr keine Angst vor der Herausforderung, die noch vor euch liegen? Ihr seid nicht alleine. Wir sind Millionen und unserer Glaube an. Die Marker ist unerschütterlich. Was? Unerschütterlich. Wir haben Unterdrückung erwunden und sind eine der am häufigsten praktiziertesten Religionen in der Galaxis geworden. Mit den Mitteln der Church konnten wir eine Armee aufstellen und dann mit Elfgorf stürzen. Früher oder später wird Eiseklag gefunden. Die Schandflecke auf dem Marker werden verschwinden und die Konvergenz wird kommen. Bleibt wachsam. Das Ende ist nah. Guck mal, bei meiner Waffe mit der Flammlaser, guck mal da an der Seite, da sind Flammen drin, da Junge. Guck mal hier an die Ölner. Ja, da. Jo. Lava. Bei mir auch, guck. Warte mal, wollen wir nicht noch rausgehen und die Bots losschicken? Da können wir keine Bots losschicken. Aber hier draußen. Draußen? Ja, dann geh weit nochmal raus, Alter. Hättest du vorher sagen können. Ja, da hatten wir die Bots noch nicht. Trotzdem. Ja. Ja. Dieses Kackmonster hat mich jetzt angepisst. Hier. Sehr schön. So. Jetzt hier den Aufzug. Jetzt ist schon wieder eine Bank hier. Schon wieder eine Anzugstation. Siehst du ja? Aber wir sind jetzt bei dem Hafen, wo wir... Ah ja, genau. Bei der Zugverstimmung müssen wir rein. Wo auch... ...Karanebemission war. Oder? Ja. Oder das ist jetzt ein anderer Hafen und wir können von hier zu der Karanebemission haben. Ja. Das ist das... Das ist das Zweite. Ja, denen geht's nicht so gut. Helfen wir denen mal. Gut, dass wenn du draufstehst, bei mir nichts passiert. Jo. Jetzt kann er wenigstens sagen, er hat keine Arme und Beine. Dein Leiden ist beendet. Genau. Jetzt wird der geliebt von allen. Wie viele Banken da sind, ne? Unnötig. So, weiter geht's. Ja. Voll komisch. Äh. Wir müssen nach da vorne. Was ist denn? Was ist denn? Bloß zwei Nachwarten. Ach, cool. Ach. Hä? Bleib hier. Was hast du denn gemacht? Ja, ich hab das auf ein Boot geschmissen und... Und das ist trotzdem kaputt gegangen. Also das ist weggeflogen irgendwie. Mein Gott. Oh mein Gott. Ihr kleinen Viecher. Oh, geil. Jetzt... Jetzt brennen die. Wie geil ist das denn? Ey, das ist ja richtig geil. Ja, das ist voll geil. Ich sag's dir, Alter. Der flammt da so vor, so wohin, Junge. Ja, ich hab die doch auch drauf. Eine Stase-Verstärker. Geil. Da brauchen wir eine Schlüsselkarte, da können wir erstmal nicht durch. Also gehen wir erstmal hier durch. Gehen wir da durch. Hallo? Achso. In Bearbeitung. In Bearbeitung. Die Türen müssen etwas bearbeiten. Total dumm. Oh, wir müssen erstmal die Türen bearbeiten. Auf jeden Fall. Dumm. 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 Von South Park. Dumm. 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 Das war so geil, Alter. Ich liebe South Park. Die Musik ist grad geil. Welche Musik? Heißt das nicht? Ne. Ich hab einen Plan gefunden vom Kontakt. Von Chak. Was ist... Das ist ein Dings. Eine Waffe. Genau. So, erstmal looten und leveln. Da, ich hab's gewusst, Junge. Da sind sie. Geht rauf. I'm the Firestarter. Mystic Firestarter. Bam. Loll. Was kommt der denn her? Ja. Minispiel. Erstmal looten und leveln. Leveln? Ja. Ich nenn's halt looten und leveln, weil's so ist, ne? Wieso leveln? Ach, bist du, Mongo. Kennst das nicht? Looten und leveln. Du kennst das nicht, ne? Ach, bist du ein Hinterwildler. Du bist ein Teppich. Ein Hinterwildler. Aber da lag gar nichts. Da lag gar nichts. Doch, bei mir schon. Das ist Coop, du. Du bist Coop. Ja. Du doch auch. Ja? Ja. Hallo, komm. Ja, das war nett dran bei dir. Schwerig mach ich. Ja, komm. Ja, komm. Ey, du Arsch. Ja, komm. Ja, komm. So, bevor wir jetzt aber weitergehen, ist die Folge vorbei. Ciao. Okay.